Willkommen zu einem wieder auf dem Kanal Kultipur. In diesem Video vom Matchcheck-Song-Song-Song-Song-Song-Türchen Nummer 18. Ja, und dann ist heute in Türchen Nummer 18 Oh, mal wieder eine Nationalspielerkarte drin. Die rausbekomme. Ah, jetzt bekomme ich sie raus. So, und da ist heute Nationalspielerkarte Nico Elwedi von Borussia Mönchengladbach. Ja, und das war es dann schon von Türchen Nummer 18. Wenn Sie keine Zeit haben, bis zum nächsten Video. Ciao.